Der Ausstatter der IRLF verlängert seinen Vertrag. Rheinfair bindet zwei offensive Waffen. Und die Madrid Bravos mit dem nächsten Blockbuster-Signing. Das alles und noch mehr jetzt bei IRLF News Zone. IRLF News Zone. We're passing mid-football. Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde des europäischen Rasenscharfs. Es ist Freitagmorgen und damit auch wieder Zeit für IRLF News Zone. K-Pro bleibt offizieller Ausstatter der European League of Football. Die Verantwortlichen haben am Montag mitgeteilt, dass die italienische Manufaktur bis 2025 offizieller Ausstatter der Teams sein wird. Die Verantwortlichen zeigen sich sehr zufrieden mit der Qualität der Produkte und freuen sich auf eine weitere Zusammenarbeit in den kommenden Jahren. Die Liga hat den Spielplan für 2024 veröffentlicht. Direkt in Woche 1 kommt es zu einem Spitzenduell. Die Munich Ravens sind zu Gast bei Stuttgart Surge und das hat richtiges Blockbuster-Potenzial, denn beide Teams haben in der Off-Season extrem aufgerüstet und beide Städte liegen sehr nahe beieinander. Wo Rheinfair spielt, ist extrem viel los und darüber können sich in Woche 1 die Cologne Centurions freuen. Die werden nämlich im Tivoli-Stadion zu Aachen spielen und werden dort Fyre begrüßen dürfen. Die Favoritenrolle ist klar, Rheinfair als amtierender Champion reist nach Köln, die nicht in die Playoffs gekommen sind. Aber die Kölner haben es geschafft, in der Off-Season einige gute US-Imports zu verpflichten. Und wir können gespannt sein, ob die Kölner es schaffen, ein Upset gegen Fire mit den heimischen Fans im Rücken zu schaffen. Berlin Thunder zu Gast bei den Rotslav Panthers. Ein Spiel, das wirklich hochkarätiges Potenzial hat nach den Off-Season-Signings beider Teams und natürlich auch der Zugehörigkeit in derselben Conference. Das Team, was hier siegreich vom Platz geht, wird den Hype um sich sicherlich weiter steigern können. Zudem reisen die Hamburg Sea Devils nach Prag, die Vikings sind zu Gast in Ungarn, die Dragons, Biding Guards und die Raiders reisen nach Mailand. Berlin Thunder verpflichtet den Defensive Lineman Serif Djibrila. Djibrila hat das Football-Spielen in Hannover begonnen und hat jetzt seinen Weg über die GFL in die European League of Football gefunden. Er kommt von den Berlin-Adlern, für welche er in der letzten Saison in elf Spielen insgesamt 30 Tackles und zwei Sacks erzielen konnte. Nun soll er der Defensive Line von Berlin Thunder zusätzliche Tiefe geben, die ja schon mit Kyle Kitchens, Emil Hofte, Aaron Große-Kleinmann, Ben Beierl und nun eben Djibrila sehr gut aufgestellt sind für die Saison 2024. Mit Sergej Kendus und Justin Schlesinger verlängert Rheinfire mit zwei Säulen der Offensive und bringt zwei Waffen aus der Saison 2023 zurück. Kendus kam 2023 von den Cologne Crocodiles zum Champion und schaffte es in der Saison hinter Stamm-Running-Back Glenn Tunga immerhin auf 492 Yards und vier Touchdowns. Zwei dieser wichtigen Endzonen-Läufe kamen auch in den Playoffs. Einmal der Lauf gegen Frankfurt Galaxy und dann natürlich auch der Touchdown im Finale gegen Stuttgart Surge. Justin Schlesinger kommt auch von einem Kölner Team, auch 2023, allerdings von den Cologne Centurions und er brachte es insgesamt auf 230 Receiving Yards in der vergangenen Saison und erzielte dabei sechs Touchdowns. Die Hamburg Sea Devils verpflichten Wide Receiver Theo Landström von den Barcelona Dragons. Der Schwede kam in der abgelaufenen Saison auf insgesamt 805 Yards und erzielte dabei auch acht Touchdowns. Für die Dragons heißt das einen weiteren Verlust auf der Skill-Position in der Offense und die Hamburger können sich auf einen jungen und sehr talentierten Wide Receiver freuen. Und der Schwede wird auch gleich mehrere Stationen in Norddeutschland kennenlernen. Die Hamburger haben offiziell bestätigt, dass sie das einzige Spiel in Hamburg im Volksparkstadion austragen werden. Weitere Spielorte sind das Bremer Weserstadion für ein Spiel und zwei Spiele in der Arena von Hannover 96. Die verbleibenden zwei Spiele sind die Orte noch unklar. Die Hamburger befinden sich momentan in Verhandlungen mit Kiel und Vostok. Sollte dies nicht klappen, gibt es immer noch einen Plan B mit Lübeck. Die Madrid Bravos geben den nächsten Hammer-Transfer bekannt. Mit US-Defensive-Back Jalen Embry verpflichten sie einen sehr erfahrenen Spieler, der schon zweimal in der European League of Football unterwegs war, nämlich bei Frankfurt Galaxy und letztes Jahr bei den Raiders. In Tirol schaffte es Embry insgesamt auf 75 Tackles, 1 Interceptions und 10 Pass-Break-Ups. Stuttgart Surge hat den Vertrag von Wide Receiver und Panther Dr. Florian Lengauer verlängert um ein weiteres Jahr. Lengauer ist ein gebürtiger Münchner und kam 2023 zu Surge und hat auf seinem Trikot auch den Namen Dr. Lengauer getragen. Als Wide Receiver fing er insgesamt 10 Bälle für 102 Yards und erzielte zwei Touchdowns. Insgesamt puntete er 44 Mal in der Saison für die Stuttgarter und kam dabei auf einen Average von knapp 35 Yards. Den weitesten Punt der Liga hat er zu verzeichnen. Nämlich letzte Saison gelang es ihm, ein 80-Yard-Punt rauszuhauen und das war ligaweit der Bestwert. Lengauer ist noch lange nicht an seinem Peak angelangt. Der heute 26-Jährige hat erst vor drei Jahren mit dem Football-Spielen bei den Munich Cowboys begonnen und hat noch sehr viel Potenzial in der Zukunft. Darüber hinaus verlängern die Schwaben mit Running Back Kai Hunter und Defensive Lineman Patrick Sean. Ein neuer Spieler, der zum Team der Stuttgarter hinzustößt, ist der Brite Chad Walrond. Der Safety war die letzten beiden Jahre für die Cologne Centurions aktiv. Frankfurt Galaxy verpflichtet Offensive Lineman Ole Krebs von den Cologne Centurions, der als ein sehr talentierter Spieler auf der Offensive Line gilt. Er wechselte 2023 mit seinem Headcoach von den Saarland Hurricanes zu den Centurions. Allerdings schon in Woche 1 verletzte er sich schwer und musste auf die Injured Reserve-Liste gesetzt werden und konnte somit kein Spiel mehr für die Kölner in dieser Saison machen. Alle weiteren Wechsel bekommt ihr jetzt vorgestellt von Opu im News-Zone-Player-Update. Willkommen zum ELF News-Zone-Players-Update. Neben Ole Krebs hat Frankfurt Galaxy auch dieser Offensive Lineman für 2024 bestätigt. Max Zimmermann. Zimmermann ist 2001 in Nürnberg geboren, wo er auch bei den Rams mit dem American Football anfing. Dort spielte er bis 2021 und wechselte dann zu den Ingolstadt-Dukes, mit denen er direkt den Aufstieg in die GFL schaffte. Er war immer einer der Jüngsten, hatte damit aber wenig Probleme, wie Zimmermann selbst bestätigte. Felix Frankreiter. Frankreiter wechselt nach zwei Jahren für die Marburg Mercenaries zur Galaxy. Begonnen hat er seine Karriere 2015 bei den Trier Stampers. Max Menderbach. Menderbach begann 2017 bei den Siegen Sentinels mit dem American Football. 2021 bis 2023 spielte er ebenfalls in Marburg. Jetzt geht's also zur Galaxy. Luca Hebel. Hebel ist in Frankfurt bestens bekannt. 2018 wechselte er von den Hanau Hornets zur Frankfurt Universe und wagte 2021 den Schritt in die ELF zur Galaxy. Dort spielte er zwei Jahre, wurde einmal Champion und wechselte dann in der vergangenen Spielzeit zu Dunkopio Steelers in die finnische Liga. 2024 ist er back in purple und bereit für seinen zweiten Ring. Außerdem wurden mit Kahn Timpel, Moritz Schmid, Matej Benczek und Tang Lemin vier weitere Offense-Linemen für 2024 verlängert. Doch das war's noch nicht für Frankfurt. Mit Norman und Niklas Schum kommen die White-Receiver-Zwillinge zurück zur Galaxy. Beide waren in der vergangenen Saison bereits Teil der Galaxy. Während Niklas noch auf seinen ersten Touchdown wartet, konnte Norman schon vier Endzonen-Besuche für die Galaxy verbuchen. Die Munich Ravens haben am Sonntag die Verlängerung von Offensive-Linemen Patrick Roth, Fullback Niklas Ritter und Linebacker Burak Effing-Joglu bekannt gegeben, die 2024 das Team verstärken sollen. Und zum Abschluss des ELF Newsome Player Update wollen wir euch noch mit unnützem Wissen versorgen. Heute vor genau einem Jahr verpflichteten die Leipzig Kings Linebacker Nils Schröter aus der GFL. Nachdem aus der Sachsen wollte Schröter seine Karriere eigentlich beenden, war aber mit sich selber nicht im Reihen, weil das kein schönes Karriereende gewesen wäre. Deshalb schloss er sich für sieben Spiele noch Ryan Feier an, mit denen er sogar Champion wurde und daraufhin mit dem Pokal in der Hand und der Siegeszigarre im Mund seine Karriere beendete. Danke Opo für diesen Beitrag. Wenn euch die Newsome heute gefallen hat, dann drückt doch einfach auf Like und lasst ein Abonnement da. Und wir sehen uns dann nächste Woche wieder am Freitagmorgen zur nächsten Sendung von ELF Newsome. Schönes Wochenende euch allen da draußen. Bis nächste Woche. Bis nächste Woche.